Hello, hello again! Mein Name ist Deborah Fleischmann. Willkommen in meiner neuen Folge in diesem Kecken-Podcast. Heute spreche ich über Happiness Chemicals and how to hack them, also wie du eigene Chemikalien, sage ich mal, triggern, auslösen kannst. Hormone, die dein Wohlbefinden steigern und die einfach zu einem besseren Leben beitragen, weil dein Leben ist letztlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Zeitelementen, von Zeitstücken. Und Zeit selbst ist auch eigentlich nur ein Konstrukt von Menschen. Also eigentlich, wenn man in die Metaphysik geht, passiert alles gleichzeitig. Diese lineare Zeit ist eine Illusion, aber wir brauchen die natürlich, um unser Leben zu managen. Man kann jetzt nicht sagen, Zeit ist eine Illusion, alles passiert jetzt und der Termin morgen um 11, der findet gar nicht statt, weil es ist ja jetzt, das ist natürlich Quatsch. Ja, natürlich ist morgen ein neuer Tag und morgen um 11 ist dann der Termin. Aber wenn man alles zusammen betrachtet, dieses Morgen gibt es nicht, dieses Gestern gibt es nicht. Es gibt immer nur die Gegenwart und deswegen, also wenn man rauszoomt aus unserem Mensch-Dasein, aus unserem menschlichen Bewusstsein, was natürlich beschränkt ist und nur einen gewissen Horizont erreichen kann, mit dem Verstand, weil der Verstand eben begrenzt ist, dann weiß man, dass das alles gleichzeitig geschieht. Und das ist eben auch der Grund, warum du in der Zukunft nie glücklich sein kannst. Ja, die Menschen denken immer, wenn sie irgendwas Bestimmtes erreicht haben oder irgendwas Bestimmtes haben, dann sind sie glücklich, wenn da ein Lamborghini vor ihrer Einfahrt steht oder sie eine bestimmte Followerzahl haben oder sie einen bestimmten Beruf haben, wenn sie auf der Karriereleiter aufsteigen, wenn bestimmte Menschen mit ihnen befreundet sind, wenn sie ihren Traumpartner haben, wenn der Hund aufhört, in die Wohnung zu pissen. Ja, jeder hat so seine Ziele und denkt dann, er ist glücklich und verstehe mich nicht falsch, ich meine damit nicht, dass man keine Ziele haben soll oder jetzt sagen soll, oh, ist ja eh alles egal, weil das macht mich ja eh nicht glücklich, dann will ich auch nichts erreichen im Leben, das ist natürlich Quatsch, so ein Mindset. Aber es geht einfach um das Bewusstsein, du musst dir dessen Bewusstsein, dass wenn du ein Ziel erreichst, dann klar am Anfang ist sowas wie Freude und du sagst, geil, geschafft und so. Oder wenn du jetzt ein geiles neues Auto hast, dann denkst du am Anfang so, ah, geil. Aber irgendwann ist es halt auch wieder normal und relativ früher oder später tritt dann wieder dieser Normal-Status-Quo ein, wo du dir so sagst, ja, okay, das steht jetzt halt da und jetzt habe ich halt das und jetzt bin ich halt das und, ähm, ja, das pendelt sich dann wieder ein. Also man kann nie auf diesen hohen Euphoriewellen dauerhaft bleiben, sag ich mal, so Wolke 7-mäßig oder im Englischen Cloud 9, ähm, da wollte ich immer recherchieren, ob es in anderen Sprachen noch andere Wolken gibt. Also wenn es in deutschen Wolke 7 ist, im Englischen Wolke 9, das werde ich gleich danach recherchieren. Ja, gut, dass ich gar nicht abgeschweift bin. Also auf jeden Fall passiert alles gleichzeitig und in dem Sinne brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen. Und ja, aber dein Leben ist letztlich, ja, diese Aneinanderreihung von diesen Zeitelementen, die, wie gesagt, nur ein Konstrukt sind, aber wir brauchen dieses Konstrukt, um eben klarzukommen. Äh, der Steinzeitmensch hat nicht mit der Steinzeitfrau da ausgemacht, ja, also um 16 Uhr bin ich zu Hause, dann habe ich Feierabend, sondern der kam halt wieder, wenn er das Mammut hatte und hat es dann mitgeschleppt. Äh, ne, da war halt das Essen da, wenn es da war und, äh, da gab es das noch nicht so mit hier, äh, 16 Uhr und, äh, dies, das. Da war auch nichts mit, öh, ich bin krank gemeldet. Äh, Pech gehabt, wenn der krank ist, muss er trotzdem raus und das Essen holen, weil sonst stirbt er. Und das hat ihm kein Chef gesagt, sondern sein Instinkt. Und, ja, in dem Sinne, wir sind manchmal schon so ein bisschen verweichlich, klingt vielleicht hart, aber wir sind in Deutschland auf jeden Fall schon so ein bisschen verwöhnt, sage ich mal, weil, ja, du kannst theoretisch gar nichts machen. Du kannst den ganzen Tag RTL gucken oder was auch immer und du kriegst trotzdem Geld. Ähm, aber es ist halt kein glückliches Leben. Es ist kein zufriedenstellendes Leben und deswegen setzen wir uns eben Ziele, weil jeder möchte wachsen, jeder möchte bewusst oder unbewusst irgendwie was erreichen und die beste Version von sich selber werden. Und die Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht, die merken aber schon irgendwo, dass sie, ja, nicht so wirklich zufrieden sind, weil wenn du zehn Jahre lang dieselbe Person bist, dann läuft halt irgendwas falsch. Und es geht nicht drum, dass du da irgendwie die Konkurrenz ausmerzt oder hier, ähm, ne, dass jeder Mr. Mr. Universe wird oder Mrs. oder was auch immer, sondern es geht einfach drum, dass du für dich selbst, ähm, auf dein Wachstum achtest und dann bist du auch wieder ein besserer Einfluss für dein Umfeld, für deine Kinder, eventuell Enkel, was auch immer, Nachbarn, Freunde, Familie, Kollegen und du bist auch einfach zufriedener mit dir selbst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unser Wohlbefinden achten, weil dafür sorgt keiner von außen. Ja, also auch in, in allen Bereichen, so in finanzieller Hinsicht. Du kannst nicht erwarten, dass du später Fettrente bekommst. Du musst jetzt privat dafür vorsorgen. Ähm, du musst selbst dafür sorgen, dass du psychisch klarkommst. Da kommt keiner und sagt, oh, wie geht's dir? Äh, lass mal eine Runde meditieren oder so. Und, und, und Supervision und so. Außer du arbeitest in bestimmten Bereichen, wo das Pflicht ist. Aber, ja, die meisten Menschen kommen tatsächlich erst so mit ihrem Innersten selbst in Kontakt, wenn sie dann in der Reha-Klinik sind und dann gezwungen sind, Qigong zu machen oder Yoga oder so. Ähm, drum sag ich immer, Leute, macht das doch präventiv statt, äh, später, weil es ist ja nur für euch. Klar, langweilt es am Anfang. Aber du, wenn du merkst, du bleibst dran und, und, und tust was für dich, was auch immer dir gut tut. Ja, ich sag jetzt nicht, jeder soll Qigong machen. Aber halt einfach irgendwas, wo du merkst, okay, du tust was für dich, für deine mentale Gesundheit. Ähm, dann, äh, brauchst du, dann sparst du dir später auch diese Zeit und das Geld für Therapien, für, äh, Reha-Klinik, für all das, auch, auch, auch Krankheitsbekämpfung, weil du dann gar nicht erst krank wirst. Also, mir liegt wirklich sehr viel, auch an Prävention und dass man im Voraus schaut, hey, mir geht's so und so und jetzt achte ich mal auf mich und ich nehme mich auch mal raus und, ähm, lieber macht man mehr Pausen und dafür ist man langfristig dran, als dass man so, äh, volle Kanne durchstartet und sich komplett überarbeitet und, äh, komplett, ähm, übernimmt. Also, einfach viel zu lange über seine psychischen und körperlichen Grenzen geht und dann, äh, ja, bist du krankgeschrieben, das nützt dann deinem Unternehmen nix, das nützt dir nix, das nützt deiner Familie nix, ähm, drum, lieber, lieber voll durchstarten, aber dann wieder Pause machen. Und mit Pause meine ich eben, dass du dir was Gutes tust und es eben nicht erst, wenn du sagst, ja, ich mach irgendwann mal ein Silence Retreatment oder ich geh mal in den Urlaub, wenn ich's mir verdient hab, ähm, ja, es gibt auch Leute, die gehen dauernd irgendwie in den Urlaub, wo du denkst, was leistet ihr eigentlich, dass ihr die ganze Zeit in den Urlaub müsst, so. Also nicht, dass man sich Urlaub verdienen muss durch Leistung, aber, ähm, bei denen ist dann der Urlaub mehr so eine Flucht, also die erholen sich eigentlich davon, dass sie genau wissen unterbewusst, dass sie nicht dort sind, wo sie sein sollten, weil sie eigentlich auch mehr aus ihrem Leben machen könnten. Ja, und dann hockt man da halt bei einem Sangria am, am Strand und, äh, sagt, ach, endlich Urlaub und da muss ich wieder zurück in meine scheiß Arbeit. Ist auch ein, äh, verkacktes Mindset einfach, weil, ja, es gibt Arbeiten, die sind so geil, die willst du dann sogar mit ans Strand nehmen, ja, es gibt Arbeiten, wo du denkst, bam, 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 also ich könnte zum Beispiel diese Arbeit, mein ganzes Mindset-Ding, ich könnte das wirklich den ganzen Tag machen, aber ich muss eben auch Pausen machen, ich brauche ja auch Schlaf, ich muss auch mein, äh, privates Leben leben und, ähm, ja, einfach auch auf mich achten, aber so von der Energie her, vom Bock her, ich könnte das permanent, so bam, 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 weil das einfach, ich, es begeistert mich, ich liebe es, ich könnte den ganzen Tag darüber sprechen und, ja, deswegen nehme ich auch wieder diese neue Folge auf, in der Hoffnung, dass das Menschen hilft, die es hören, also es geht um Happiness, Chemicals, wie gesagt, bitte verschieb dein Wohlbefinden nicht auf die Zukunft, sag nicht, naja, ähm, jetzt geht es mir zwar schlecht, aber, ähm, ja, irgendwann geht es mir schon wieder gut, es kommt nichts von selbst, du musst aktiv was dafür tun und, äh, das eben auf körperlicher und geistiger Ebene, also bei mir hat das zum Beispiel angefangen, ähm, in der Schule, dass ich ganz oft in der Schule gemerkt habe, irgendwie, es ist mir alles zu laut, ich, ähm, also das fing so an in der, wann war das so, achte, neunte Klasse, wurde ich auch zunehmend irgendwie melancholisch und habe gemerkt, irgendwie, ich verstehe die ganzen Gespräche nicht, mir war das oft so oberflächlich und ich wollte eigentlich immer nur Basketball spielen und habe mir zeitlich auch mal gewünscht, dass ich auf der Sportschule da in Langwasser wäre, ähm, ich war anfangs auf dem Sigmund-Schockert-Gymnasium in Nürnberg und dann bin ich nach der 11. Klasse aufs Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg gewechselt, weil ich unbedingt Latein-LK haben wollte und den gab es da am SSG nicht und, ja, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie, mir tut diese Gruppengröße nicht gut und, oh Gott, es wird jetzt wieder so eine Folge, wo ich auf Schulen, im deutschen Schulsystem rumhacke, okay, also, äh, Happiness Chemicals kommt gleich. Auf jeden Fall, ja, mir hat es nicht gut getan, also ich kam mit dem Stoff eigentlich soweit immer klar, aber ich habe gemerkt, in manchen Fächern bin ich einfach zu schnell, das hat mich gelangweilt, dass ich dann da immer noch in die Schule muss und Präsenz zeigen muss, obwohl ich das Thema längst durchgearbeitet habe. dann gab es aber auch Fächer, wo ich gemerkt habe, also irgendwie, wir haben das Thema jetzt abgehakt, aber ich habe gar nichts verstanden, ähm, so ging es mir manchmal in Physik und Mathe, also so Sachen, wenn ich die jetzt anschaue, denke ich mir, höre, wieso habe ich das damals nicht verstanden, ich finde Physik mittlerweile extrem interessant, vor allem Metaphysik, ähm, aber, bin kein Physiker oder Chemiker, aber mittlerweile finde ich diese Fächer extrem spannend und interessant und wenn ich mir den Schulstoff von damals angucke, denke ich mir so, hä, was gab es da nicht zu verstehen irgendwie, also keine Ahnung, aber ich habe mich da manchmal ein bisschen schwer getan in diesen Naturwissenschaften und war einfach mehr so der Sprachentyp, also hier Englisch, Französisch, eben Latein und, und, äh, Deutsch natürlich, ähm, das waren einfach so, das war einfach mehr meins und, äh, da habe ich immer nicht verstanden, warum ich mich dann quälen muss teilweise in, in, in Unterrichtsstunden, wo ich gar nichts mehr mitbekommen habe, ich glaube so in der zehnten, elften Klasse gab es da so, in diesen naturwissenschaftlichen Sachen dachte ich mir einfach so, hä, ich check gar nichts, ich kann nicht mal mehr eine Frage stellen, also ich verstehe es einfach irgendwie nicht, ich habe mich dann schon immer irgendwie so durchgebracht, ich habe auch ein gutes Abitur abgelegt, aber, ja, das war einfach irgendwie, also da hatte ich dann das Gefühl irgendwie, das war mir zu schnell und dann eben in so Sprachen dachte ich mir oft, das ist mir zu langsam, also ich bin schon längst weiter, wieso kann man da nicht weitermachen, mir ist schon klar, man muss immer auf die ganze Gruppe, auf die Klasse achten und so, aber auch diese körperliche Präsenz hat mich oft sehr zermürbt, ich habe dann auch oft angefangen, Schule zu schwänzen, dass ich dann einfach nicht mehr in die Schule gegangen bin und, ja, das hat sich dann einfach so den Rest der Schulzeit durchgezogen und war dann oft einfach unterwegs in der City oder auch oft auf dem Land, dass ich einfach auf so Feldern gechillt habe und am Kanal und ach, wo ich überall war, bin mit dem Zug irgendwo hingefahren, also ich habe sehr oft die Schule geschwänzt, einfach weil es mir too much war, weil ich überfordert war psychisch, weil es mir nicht gut ging und ich mir dann dachte, ey, ich weiß zwar, ich muss das Klassenziel schaffen, ich muss die Schule schaffen, also es wäre für mich eine derbe Enttäuschung gewesen, wenn ich irgendwie sitzen geblieben wäre mal oder das Abi nicht geschafft hätte, weil ich einfach diese Forderung an mich selbst hatte und auch meine Familie nicht enttäuschen wollte, weil die das auch von mir erwartet haben, aber ja, es hat mich eben oft sehr belastet, auch dieser Druck, dass man so viel machen muss, also Schüler sein ist wirklich ein Managerjob, du musst an so viele Dinge gleichzeitig denken und vieles hat mir Spaß gemacht, wie gesagt, die Sprachen und so, aber bei manchen Sachen bin ich echt verzweifelt, weil ich dachte, ich lerne und lerne und trotzdem klappt es irgendwie, ich habe wieder eine 4 und ich verstehe das einfach nicht, weil ich habe alles gemacht, was ich in meiner Situation meiner Meinung nach machen konnte und irgendwie, ich weiß nicht, es ging einfach nicht und habe da gemerkt, ich stoße da immer so an meine Grenzen und es hat mich dann sehr frustriert und deprimiert und ja, ich hatte dann auch so eine Isolationsphase sehr lange, dass ich einfach viel allein sein wollte und mir war das einfach zu viel, einfach in der Klasse und ja, ich habe mich da oft einfach krank gemeldet oder war halt offiziell woanders und war ganz oft aber einfach irgendwo draußen und ja, in der Oberstufe, als ich dann volljährig war, konnte ich dann mit den Lehrern aber offen reden und sagen, passt auf, also es geht für mich so nicht und die waren da auch immer alle sehr verständnisvoll und ja, ich hatte auch starke Depressionen als junge Erwachsene und habe das dann auch offen kommuniziert und gesagt, also ich kann das irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Schule so abschließen kann, ich bin psychisch wirklich am Ende und da hatte ich wirklich sehr kompetente Lehrer, die wirklich da auf mich eingegangen sind, zumindest der Großteil, gab auch welche, die einfach gesagt haben, nee, du bist faul, du bist dumm, das gab es auch, aber der Großteil muss ich sagen, die waren wirklich so auf meiner Seite, haben gesagt, du mach einfach, ach ne, also wir schimpfen dich nicht und pass auf dich auf und so und ja, die haben natürlich diese Absenzen nicht gut geheißen, aber wenn ich ihnen das dann erklärt habe, dann haben sie gesagt, naja, also du bist halt auch eigenverantwortlich, du musst mit dem Schulstoff klarkommen, aber die haben dann gesehen, okay, die Noten passen, also dass ich teilweise mir einfach daheim allein besser beigebracht habe oder wenn ich irgendwo auf einem Feld gechillt habe, auf einer Wiese oder so, ist mir besser beigebracht, als wenn ich in der Schule war, also für mich wäre, glaube ich, so eigenverantwortliches Lernen schon in der Schulzeit besser gewesen, dass man einfach sagt, hier ist der Stoff, bis da und da kannst du den und dann ist die Prüfung, also das wäre, glaube ich, besser für mich gewesen, in manchen Fällen natürlich, also ich will jetzt so die Mitschüler und so auch nicht missen, aber in manchen Fällen, glaube ich, war es mir einfach too much und ja, da muss sich das Schulsystem ja sowieso ändern, weil das einfach noch alles viel zu verkopft ist, also Deutschland ist ja allgemein auch so sehr in Abschlüsse und so Zertifikate verliebt, immer dieses, du kannst, das sind das erst, wenn du das Zertifikat hast, ich meine, mir ist schon klar, dass man in manchen Berufen das wirklich einfach beweisen muss, dass man was kann und Prüfungen ablegen muss, also du würdest dein Auto ja auch nicht zu irgendjemandem geben, der sagt, er hat jetzt ein paar YouTube-Videos geschaut über Autos, aber er hat keinen Abschluss in Mechantronik oder was auch immer, dann würde es auch so nicht sagen, so okay, sondern du willst schon einen, wo du weißt, okay, das ist ein Fachmann oder eine Fachfrau, wie auch immer und das ist mir schon klar, aber was ich einfach sagen will, ist, dass im deutschen Schulsystem, das ist einfach, da wird so viel Druck ausgeübt, dieses, oft fand ich, hat es nichts mit Lernen wirklich zu tun, sondern so veraltetes Wissen einfach ausspucken, also ich hatte zum Beispiel auch Geschichte LK und das ging überwiegend über Hitler und ich dachte mir immer so, okay, können wir nicht mal über Linksextremismus reden oder irgendwie was in der Kolonialzeit war oder was in den anderen Ländern so los war, ich fand es immer recht einseitig und ja, mir ging es in vielen Fächern so, dass ich mir einfach dachte, was lernen wir da eigentlich, was soll das? Also heutzutage sagen ja auch ganz viele Schüler so, geil, ich kann ein Gedicht analysieren, aber ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung schreibt und ja, das ist einfach irgendwie cringe. Ich erinnere mich auch noch an Wirtschaft in der 8. Klasse, da wurde ich abgefragt vom Lehrer und ich weiß noch, der hatte Tinnitus und deswegen hat er manchmal immer, also musste man nochmal das wiederholen und noch lauter sagen, weil er das irgendwie nicht so gleich gehört hat und dann hat er mich gefragt, wenn ich jetzt einen Freund habe und der will von mir einen Blankoscheck, ob ich den geben möchte, geben würde den Blankoscheck und ich sage ja, würde ich und er so, was? und ich dachte halt, er hat es wieder nicht verstanden wegen den Ohren oder so und sagt halt, ja, natürlich würde ich das dem geben, weil ich vertraue dem, ja, ist ja, also wenn das mein Partner ist, dann würde ich dem einen Blankoscheck ausschreiben und dann hat er mir das abgezogen, ich habe dann irgendwie eine 2 oder 3 bekommen, keine Ahnung, weil er eben meinte, nee, also er hat dann dieses Was nicht geschrien, weil er es nicht gehört hatte, sondern weil er so entrüstet war, dass ich da Ja sage, weil ich hatte die Lektion seiner Meinung nach nicht verstanden, man soll niemandem einen Blankoscheck ausschreiben, weil der ja dann einfach Zugriff hat und dich voll in den Ruin treiben kann, dies, das und ich dachte mir aber so, also Mindset war einfach so, also mein Mindset war einfach so, hä, wenn ich jemandem vertraue, natürlich gebe ich dem Blankoscheck, also, keine Ahnung, äh, wenn jetzt jemand aus meinem engeren Kreis mich jetzt anrufen würde und sagt, ich brauche so und so viel Geld, würde ich das der Person geben, ist doch klar, ist doch safe so, habe ich nicht verstanden, einfach dieses Mindset, weil, wofür gibt es das dann überhaupt, wenn man das nicht benutzen soll, es ist mir schon klar, dass ich das jetzt nicht bei irgendjemandem Beliebigen äh, machen würde, aber, klar, also, das habe ich irgendwie, das habe ich nicht verstanden und, ja, das ist jetzt natürlich nur so eine Anekdote, ich könnte da noch tausend Geschichten erzählen aus der Schulzeit, aber das war einfach so verstörend, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, was, warum er so denkt und warum er das dann so beurteilt und, ja, auf jeden Fall, bin wieder ein bisschen abgeschweift, ähm, Thema psychische Gesundheit, ich habe eben gemerkt, mir ist das oft too much, ich komme nicht mit, ähm, ich hatte eben diese, ja, psychischen Beeinträchtigungen, sage ich auch mal, ja, dadurch, dass da gerade einfach viel los war in meinem Leben zu der Zeit, ähm, also abseits des Schullebens und ich hatte oft keine Konzentration, keine Nerven mehr, keine Energie, ich bin oft auch in der Schule eingeschlafen, weil ich so übermüdet war, weil ich nicht schlafen konnte und, äh, war einfach fix und fertig und dann habe ich mir zwischendrin eben einfach diese Fehlzeiten gegönnt, dachte mir so, nee, also, ich weiß, ich muss das Klassenziel erreichen, dies, das, ich weiß, ich muss das alles irgendwie nachholen, den Schulstoff und so, aber ehrlich gesagt, lerne ich daheim alleine eh schneller als, äh, oder meistens als in der Gruppe und drum habe ich mir dann auch diese Auszeiten einfach gegönnt. Was lernen wir daraus? Ich will damit nicht sagen, nicht, aber in Deutschland ist halt auch so dieses, ich höre das ganz oft, dieses, äh, ich bin zwar voll krank, aber ich muss ja in die Arbeit und, äh, in der Schule sowieso, ähm, ich glaube, ganz viele Kinder und Jugendliche sagen auch ihren Eltern irgendwie, sie haben Kopfweh oder Bauchweh, ähm, weil sie wissen, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie daheim bleiben dürfen, aber bei diesen psychischen Sachen heißt es halt einfach, ach, reiß dich zusammen und naja, es gibt überall schwierige Menschen, es gibt überall Idioten, da musst du jetzt durch, aber es ist halt schwierig rauszufinden, ne, an welcher Stelle ist es dann wirklich noch tragbar und an welcher bricht ein Mensch zusammen und da müsste es eigentlich auch viel mehr Schulsozialarbeiter geben, viel mehr Psychologen, also, ich finde die Lehrer heutzutage, die leisten ja auch Unglaubliches, die müssen so viel abfangen, teilweise auch private Probleme, wo die, wenn ich mit denen spreche, die sagen, von 45 Minuten, jetzt während der Pandemie haben wir schon mal 10 Minuten irgendwie Hände gewaschen und gelüftet, dann geht es um private Probleme und dann bleibt nicht mal ein Drittel der Zeit für den Schulstoff, ja, und ja, das ist natürlich auch belastend für die, weil die so viel auffangen müssen, die übernehmen teilweise auch die Elternrolle und ja, dann natürlich das ganze digitale Chaos, also ein Bekannter von mir, der hat erzählt, sein Sohn, die hatten diese E-Learning-Plattform, die natürlich null funktioniert hat, weil Deutschland einfach digital eine Katastrophe ist und dann haben die sich tatsächlich, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber auf einer Spiele-Plattform getroffen, also wo man Online-Spiele spielen kann, da kannst du halt auch in den Chat gehen, ähm, nicht mit anderen Spielern austauschen und dann hat tatsächlich der Lehrer die Klasse dort eingeladen, witzigerweise waren wirklich viele da eh schon angemeldet, weil die da halt alle gezockt haben, der Lehrer hat da auch gezockt und hatte da auch einen Account und dann, ähm, kam der mal irgendwie online zu spät zu dieser Besprechung, also die haben dann ihren Unterricht einfach in diesen Spiele-Chat gelegt, weil diese Online-Plattform der Schule nicht funktioniert hat, voll geil, also wohlgemerkt, das war ja auch in Bayern hier und dann hat der, äh, also der Lehrer kam zu spät und die Schüler so, ja, wo sind sie? Also dann kam er irgendwann online und alle so, ja, wo waren sie? Und er so, ja, er musste noch irgendwas vorbereiten und so und das Witzige ist aber, dass du halt bei dieser Spiele-Plattform, natürlich so ein Profil hast, wo auch angezeigt wird, was du zuletzt gespielt hast, wann du bis zuletzt gespielt hast, wie viele Punkte du da gemacht hast oder was auch immer, äh, wie viele Elfen du umgebracht hast, kein Plan und die alle dann so, aha, alles klar, ja, so und so, äh, wir haben aber gesehen, dass dies, das und, ne, haben sie das Schwert da noch bekommen und bla bla und er so, oh, ja, das war ein bisschen cringy, ein bisschen peinlich und ja, also ich fand so, diese Story, die steht so ein bisschen für Deutschland, digitales Homeschooling, in der Pandemie, das war teilweise wirklich eine Katastrophe, dass man sich da irgendwie auf so Spiele-Plattformen flüchten muss oder diese Geschichten, was man da gehört hat, hier mit Kinder gehen in, in, in dicker Winterkleidung in den verschneiten Garten und halten da ein Referat, weil im Haus des WLANs so scheiße ist, dachte ich mir echt nur so, Alter, das ist Deutschland, okay, also Deutschland, dein Mindset muss da auch noch ein bisschen verändert werden, weil so ein Internet, damit kannst du halt kein führendes Land sein, sag ich mal, kein beispielhaftes, auf jeden Fall und ja, ja gut, dass ich jetzt von Happiness Chemicals auf die Kritik von Deutschland und seinen Schulen gekommen bin, also es ist immer wieder geil, mein assoziatives Denken, aber ich feiere es auch irgendwie und darum lasse ich auch alles so, wie es ist. Kommen wir zurück, also auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, jeder muss gucken, dass er psychisch klarkommt und ich habe eben als Schüler schon sehr schnell gemerkt, okay, da passt niemand auf, ob es mir wirklich psychisch gut geht, da kommt keiner und sagt, stopp, mach eine Pause, ich muss das selber machen und ich habe das recht früh gemerkt, mit 14, 15, dass ich mich da selber rausziehen muss, ich wusste natürlich, in gewisser Weise ist es nicht erlaubt, in gewisser Weise verstoße ich gegen viele Regeln und ich habe auch sehr viele Regeln gebrochen, aber mir war immer klar, dass ich wichtiger sein muss, mir, als die Schule oder sonst irgendwas und ich bin froh, dass ich so gedacht habe, klar habe ich auch oft daran gezweifelt, dachte Deborah, also du kannst ja nicht schon wieder nicht auftauchen und keine Ahnung, es war dann halt auch irgendwann so ein Kreislauf, du gehst nicht in den Matheunterricht, weil du nichts checkst und weil du halt auch Angst hast, dass du irgendwie geprüft wirst oder so und bleibst dann zu Hause und checkst da aber halt auch nichts und kannst aber auch nicht in den Unterricht, weil du da halt auch nichts checkst und weil du auch viel zu fertig bist, einfach du kannst gar nicht mehr lernen, du kannst dich nicht konzentrieren, du hast null Energie, manche Sachen, wie gesagt, fielen mir leicht, so Latein und so, das ging wirklich fließend bei mir, ich liebe Latein, aber also Mathe in der Oberstufe, ich habe wirklich wenig verstanden, Stochastik habe ich verstanden, aber zur Integralrechnung, also die Basics, aber ja, das war dann für mich wirklich eine Zumutung und wie gesagt, ein Kreislauf, du bist nicht im Unterricht, wenn du das einfach nicht besuchst, was du eh nicht verstehst, dann kannst du da halt irgendwann gar nicht mehr auftauchen, ja, weil du hast den Anschluss komplett verloren und ich bin so froh, dass ich Freunde hatte, die mir dann da geholfen haben, mich durchgeboxt haben, mir das gezeigt haben und ich konnte die dann in den Sprachen ein bisschen unterstützen und wir haben uns so gegenseitig geholfen, da bin ich auch unendlich dankbar, ja, also ohne Freunde, glaube ich, kann man keine Schulzeit gut überstehen, ja, auf jeden Fall muss man wirklich selber Verantwortung übernehmen, egal wie alt man ist, egal ob man zur Schule geht, ins Studium, in die Arbeit, du musst für dich selbst sorgen, weil da kommt keiner und sagt, oh Gott, irgendwie, du siehst voll fertig aus, mach mal eine Pause, gut, vielleicht gibt es Leute, die das machen, aber man selber muss ja diese Entscheidung auch treffen und sagen, okay, ich nehme mich jetzt raus und ich gehe jetzt nicht krank zur Arbeit, auch wenn mich dann die Kollegen hassen oder der Chef wieder sagt, oh, sie sind schon wieder krank, ähm, es gibt einfach so Sachen, da muss man wirklich auf den Körper hören und aufhören, sich mit Schmerzmitteln voll zu pumpen und dann einfach mal daheim bleiben, auch wenn die anderen dann mit den Augen rollen oder hinter deinem, äh, hinter deinem Rücken tuscheln oder was auch immer, ähm, die Gesundheit muss da einfach an erster Stelle stehen. Und ja, wie kann man selbst sein Wohlbefinden steigern, ohne dass man jetzt, äh, ne, diese Dinge tut, die einem so in der Werbung auch suggeriert werden, dieses Ganze, also ich glaube ja, jede zweite Werbung, wie gesagt, ich schaue ja kein Fernsehen, bei meiner Oma kriege ich das immer mit, mittlerweile gibt es auch Werbungen, wo die Leute Maske tragen, das fand ich auch funny und irgendwie gefühlt, jede zweite Werbung ist so mit Medikamenten, so nimm dieses Medikament und dann geht es dir besser oder schmier dir diese Salbe drauf, dann geht es dir besser. Wo ich mir immer denke, was ist das eigentlich für ein verkacktes Mindset, immer dieses, du bist krank und jetzt machst du das und das, nimm A, B, C und dann bist du wieder gesund, statt dass man Werbung macht dafür, was man tun kann, um überhaupt gar nicht krank zu werden. Und jetzt sagt mir nicht, ja, manche Krankheiten sind unvermeidbar und im Alter musst du, äh, bist du nun mal gebrechlich, dies, das. Also ich glaube, in Japan war es, wo die Menschen mit am ältesten werden auf der Welt und es liegt auch nicht zuletzt an ihrer gesunden Ernährung, so viele Algen, viel Gemüse, viel Fisch. Ähm, also man kann schon seine Gesundheit beeinträchtigen und jetzt auch, wenn jemand sagt, äh, aber genetisch, ich bin da, dies, das. Ähm, Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass die Genetik nur einen geringen Teil, ähm, dazu beiträgt, wie, wie das Leben ist. Also wir sind kein Produkt unserer Gene und wir sind auch kein Produkt unserer Umwelt, klar, die, unsere Umwelt, unser Umfeld, äh, unsere Umwelt, die beeinflussen uns, natürlich, aber ab einem gewissen Grad, du kannst selbst Verantwortung übernehmen, das ist eben mein Keep it me Villa Gedanke, du kannst dein Leben gestalten, unabhängig von deinen Umständen, du kannst lernen, die äußere Welt komplett, diese äußere Realität komplett zu ignorieren und dich innerlich, mental über deine Umstände zu erheben, sein es jetzt große oder kleine Probleme, private oder berufliche, du kannst dann über dich hinaus wachsen und du wirst merken, von da oben sind das gar keine Probleme mehr, du wirst ein Mensch, der das nicht mal als Problem sieht, du sagst so, da, darüber bin ich mal gestolpert, daran bin ich mal verzweifelt, ha, nix, nix mehr so, ne, du hast da ein ganz anderes Level, du denkst, die Leute kommt erst mal hier hoch und es ist nicht arrogant gemeint, sondern du weißt einfach so, ey yo, von hier aus, von diesem Punkt aus sind das alles keine Probleme mehr, rückblickend würde ich auch sagen, ey, zu der damaligen Deborah, ähm, boah, stress dich nicht und wenn du das Abitur nicht schaffst, dann ist es so, du bist, ähm, ja, trotzdem kein, äh, Versager oder so, aber ich hab halt damals immer diesen Druck gehabt, ich muss Abitur machen, ich muss durchziehen, ich wollte das unbedingt und ich bin natürlich auch froh, dass ich es gemacht habe, weil ich mir das auch selber beweisen wollte, dass ich das kann, obwohl es mir psychisch unglaublich schlecht ging, aber, ja, rückblickend, also wenn ich jetzt meine Mutter von damals wäre, würde ich so sagen, oder würde ich einfach sagen, pass auf, nimm dir mal ein Jahr Pause oder so, kann man Pause von der Schule machen, ja, oder? So, keine Ahnung, ist egal, dann machst du das Abitur ein Jahr später, aber, ey, deine Psyche ist wichtiger, ne, so, ich würde da ganz fürsorglich mit mir umgehen und das diesen Druck rausnehmen, dieses du musst Leistung bringen, du musst gut sein, du musst gute Noten haben, du musst, immer dieses du musst, du musst, ähm, ja, ich glaube, da stehen viele Menschen unter Druck, auch in der Arbeit, eben dieses heutzutage, ne, die Angst vor Arbeitslosigkeit steigt, es werden immer mehr Menschen ihren Job verlieren, weil man die einfach nicht mehr braucht, weil das Maschinen erledigen, Algorithmen, da habe ich neulich von so einem Typen gelesen, der arbeitet für eine Anwaltskanzlei, und, äh, der hat während der Pandemie im Homeoffice so einen Algorithmus entwickelt, dass alles automatisch geschieht, also der muss halt immer so gewisse Paragrafen und so raussuchen und der hat gesagt, also der hat das natürlich anonym gesagt in dem Beitrag, dass er eigentlich nur eine halbe Stunde am Tag arbeitet, in dem Sinne, als dass er dann einfach, äh, nochmal kontrolliert, was der Algorithmus ausgespuckt hat, das so überfliegt und sagt, aha, passt, passt, passt und der wird aber Vollzeit bezahlt, aber letztlich macht alles seinen Algorithmus und der chillt halt voll sein Leben, also der geht dann Sport machen, der schläft aus und, ähm, ja, da könnte man jetzt natürlich moralisch sagen, hm, ist das Betrug? Ähm, wahrscheinlich in der Zukunft wird sein Job dann tatsächlich von, äh, solchen Algorithmen aufgefressen, weil die Leute irgendwann auch dahinter kommen, dass das ja eigentlich, äh, automatisiert geschehen kann, dazu brauchst du keinen Menschen mehr, ja, also der Druck auf den Menschen wird unglaublich steigen, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo jetzt nochmal unglaublich viel passiert, ähm, so viel, was zuletzt in 10, 20 Jahren passiert, äh, einfach von der Entwicklung her, das ist davor die letzten 50 Jahre irgendwie nicht passiert oder noch länger, ähm, das ist einfach exponentiell und, ja, der Druck auf den Menschen, auf das Individuum, wie auf die Gesellschaft steigt enorm und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man auf seine psychische Gesundheit achtet, weil ohne, ohne psychische Gesundheit und ohne körperliche Gesundheit kannst du halt gar nichts mehr, du bist unfähig, Beziehungen zu pflegen, du bist unfähig zu arbeiten und ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder Mensch in seinem tiefsten Kern eine wertvolle Arbeit leisten will, ganz gleich in welchem Beruf, also, für mich ist ein Manager nicht mehr wert als ein Kindergärtner, jeder soll einfach das tun, worin er am besten ist und mir ist schon klar, dass viele Menschen in Berufen arbeiten, die sie hassen und die machen die einfach nur, weil sie halt Geld brauchen, aber das ist auch das falsche Mindset, weil, ähm, du verdienst dann erst richtig Geld, wenn du wirklich das machst, wo du aufblühst und, ähm, ja, wo du, wo du auch mit, mit Herzen dabei bist und, ähm, eine Arbeit, die dich erfüllt, da gehst du auch gerne hin, also, egal jetzt, wie gesagt, in welchem Beruf, ähm, du, du kannst, wenn du mit einer guten Einstellung da reingehst, dann kann dir jede Arbeit Spaß machen. Ich hab früher, während dem Studium, hab ich so Telefonumfragen gemacht und ich hab's eigentlich voll gehasst, immer dieses, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann vom Punkt, 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 Punkt Institut und da musste ich immer so Fragen über Damenbekleidung machen, also so über 50-Jährige und, äh, oder, oder Sparkasse oder, ach, ich hab so viele Umfragen gemacht, auch in der Schweiz, dann musste ich das mal checken, dass da, ähm, die, die Zahlen umgekehrt sind, also da ist irgendwie, oder war das in der Schweiz, wo eins das Schlechteste ist und fünf irgendwie das Beste, gab's da noch die sechs, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder Autogarage, damit ist keine Garage gemeint, sondern ein Autohaus und lauter so lustige Sachen, dann hab ich irgendwann auch angefangen, das so ein bisschen zu lieben, weil ich irgendwie lustige Leute kennengelernt hab, sowohl die Leute, die da auch telefoniert haben, als auch die Menschen, die ich angerufen hab, natürlich waren nicht alle freundlich, manchmal haben mich auch beschimpft und so, aber da bin ich dann auch, ähm, an mir gewachsen, so, weil es einfach witzig ist, so verklatschte Gespräche zu führen, so verklatschte Interviews, ja, auf jeden Fall, ähm, mein Rat an alle, passt auf euch auf, wie gesagt, euer Leben ist jetzt, also, diese ganze Zeit ist eine Illusion, später, ähm, kannst du nicht glücklich werden, du musst jetzt glücklich werden, du musst jetzt gesund werden, und mit glücklich meine ich nicht, du musst dich die ganze Zeit gut fühlen, so hu hu hu, wie gesagt, diese Cloud9, äh, Wolke7-Geschichte, dieses Verliebtheitsding, das ist, ja, auch limitiert einfach, du kannst nicht die ganze Zeit euphorisiert sein, aber ich meine mit glücklich sein, jetzt in dem Fall so eine Art, ähm, Wohlbefinden, dass du dich, ähm, ja, Wohlstand, also, dass du in allen Dingen wohlstehst, ja, privat, beruflich, finanziell, was auch immer, du dir darunter vorstellst, dass du einfach so eine gewisse Grundstabilität hast, und die ist bei vielen gebröckelt in der Pandemie, und, ja, drum, jetzt endlich, nach einer halben Stunde, komme ich zu dem Thema, was ich eigentlich angekündigt hatte, Happiness Chemicals, ähm, ich nenne vier davon, und sag dann dazu natürlich noch was, es wäre jetzt auch geil, wenn einfach die Podcast-Folge irgendwie 35 Minuten geht, und 30 Minuten habe ich dann nur über irgendwas anderes gesprochen, sehr nice, der Bocher Fleischmann, also, Dopamin, sagt man so, ist die Belohnungschemikalie, äh, auch so dieses, wenn man irgendwas erreichen möchte, also, wenn du irgendein Ziel erreichen möchtest, ähm, dieses Haben-Wollen auch, dass du, ja, im Englischen dieses Craving, dass du etwas unbedingt schaffen möchtest, und es gibt dir auch diesen Motivationsschub, das ist auch, äh, Dopamin, und wenn du dann zum Beispiel eine Aufgabe erfüllst, darum schreib dir gerne To-Do-Listen, und wenn es nur kleine Sachen sind, so wie, keine Ahnung, man kann immer easy anfangen, so Spülmaschine ausgeräumt, ich habe ein bisschen Sport gemacht, äh, gut, ein bisschen würde ich auch nochmal genauer definieren, sonst, äh, sagt dein Unterbewusstsein wieder, ja, du hast gar nichts gemacht, ne, denk dran, dein innerer Kritiker kommt immer sofort und sagt, nee, 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 hast du gar nicht, oder bist du nicht, und dann musst du dem sofort antworten und kontern, sonst, äh, hast du verloren. Also eine Aufgabe erfüllen, schreib dir To-Do-Listen, hake das ab, jetzt komme ich wieder mit meinem Haptisch, also bitte nimm, äh, Papier und Stift, oder umweltschonend, da gibt es auch diese, ähm, so Magic Pad mäßig, oder am iPad so dieses, dass du einfach halt mit einem Stiftes machst, und dann das schreibst, und, äh, wieder durchstreißt, löscht, wie auch immer, ja, da musst du kein Papier, äh, verschwenden, genau, das ist dann einfach für dich, dass du merkst, oh geil, ich habe wieder was geschafft, dann, ja, Doing Self-Care Activity, einfach so, dass du etwas für dich tust, was dir gut tut, geh mal wieder in eine Therme, ähm, gönn dir, eine Massage, irgendetwas, wo du sagst, das tut mir gut, das brauche ich, ähm, das ist ja natürlich von jedem Mensch, äh, unterschiedlich, auf jeden Fall, tu dir auch was Gutes, und, gönn dir Pausen, ähm, dann, gutes Essen natürlich, Essen macht extrem glücklich, also gib mir einen Döner, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, viel, viel Käse, äh, bisschen Chili, Knoblauchsoße, ist das Beste einfach, also, da, wenn ich einen Döner esse, bin ich immer sehr glücklich, ähm, oder asiatisches Essen, oder so, allgemein Essen, Nudeln, also, ich liebe Essen, und, also, wenn ich esse, dann bin ich sehr glücklich, also, gönn dir richtiges Essen, bitte nicht diesen Fertigmist, sondern gescheites Essen, und, äh, nicht so versalzen, und frisches Essen am besten, ist einfach geil, ja, also quasi, dass du auf, also bewusstes Essen, also, dass du es auch nicht einfach runterschlingst, so zwischen zwei E-Mails, sondern wirklich mal Pause essen, alles weglegen, du unterhältst dich vielleicht mit irgendwem oder so, den du magst, solche Geschichten. Ja, und dann auch kleine Erfolge feiern, eben wieder in Kopplung mit dieser To-Do-Liste, dass du einfach sagst, ey, geil, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, bam, 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 das, ähm, gibt dir einfach nochmal so einen Energieschub, also, dass du halt, wie gesagt, die Ziele setzt, die dann auch erreichen willst, und dann auch erreichst, und dir dann auch was gönnst, das alles ist so Dopamin, so bam, bam, bam. Dann, Oxytocin, das Love-Hormon, ähm, meine erste Assoziation damit ist eigentlich immer, Frauen, die stillen, also, dass die einfach so eine krasse Bindung zu dem Säugling haben, oder auch zu Kindern allgemein, dass die dann immer, ne, die kuscheln wollen, die küssen wollen, die kriegen so richtig Glücksgefühle, wenn sie nur an ihre Kinder denken, also jeder, der Kinder hat, weiß das, dass man einfach so verliebt ist in seine Kinder, man liebt seine Kinder über alles, und, ähm, ja, wenn man die lachen sieht, geht einem selber das Herz auf, und, ja, man liebt die einfach über alles, also Oxytocin, so das Kuschelhormon, kann aber auch, äh, ausgelöst werden, wenn du mit einem Hund spielst, oder, ja, einfach körperliche Nähe, oder, ähm, Quatsch machst mit einem Baby, mit einem Kind, ähm, wenn du eine Hand hältst, also körperliche Berührung ist sehr wichtig, darum haben auch viele Menschen eben in der Pandemie gelitten, weil diese sensorische Deprivation, dieser Mangel an körperlicher Nähe, einfach wirklich auch viel Depression auslösen kann, weil viele Menschen sind alleinstehend, und wenn die dann gar niemanden mehr haben, oder auch, ähm, Leute, die allgemein ein bisschen isoliert leben, und die dann vereinsamen, und niemanden haben, den sie mal umarmen können, wo sie mal die Hand anfassen dürfen, äh, überall wird Abstand geschrien, du kannst nicht mal deinem, äh, keine Ahnung, wem gibt man denn so die Hand, dem Bankmitarbeiter, oder, dem Kunden, oder was weiß ich, ja, ähm, einfach dieses, dass überall dieses Körperliche rausgenommen wird, was ja schon so als Kontaktaufnahme auch, ähm, mitverwendet werden kann, das macht auch viel kaputt bei Menschen, klar, bei manchen denkst du, oh Gott, endlich muss ich dem nicht mehr die Hand geben, aber ich meine jetzt so, auf die psychische Gesundheit bezogen, dieses, dass man keine körperliche Nähe mehr hat, äh, und auch die einem quasi verboten wird, aufgrund dessen, dass man eben sich schützen muss, und andere, weil dieses Virus sich sonst noch schneller ausbreiten kann, ähm, ja, also ich verstehe diese Maßnahme, ich meine jetzt aber im Hinblick auf das Menschen, dann einfach, ähm, die dann daheim vielleicht niemanden haben, dass die dann extrem leiden, weil die, ja, weil die einfach keine körperliche Nähe mehr haben können, so niemanden, äh, die sehen die Gesichter nicht mehr aufgrund der Masken, und das macht viel mit der Psyche, auch, dass du umarmt wirst, oder jemanden umarmen kannst, das ist, äh, auch Oxytocin, ähm, auslösend, einfach dieses körperliche Kuscheln, Berührung, ähm, oder auch so psychische, emotionale Nähe, ein Kompliment machen, solche Geschichten, ähm, das alles ist Oxytocin, und wenn du das auch irgendwie in deinen Alltag einbaust, einfach irgendwie, ne, sensorische, ähm, Geschichten, dass du einfach körperliche Nähe zulässt, ähm, mit deinem Partner kuschelst, oder mit deinem Hund, oder, ja, wie gesagt, auch so kleine Berührungen im Alltag, dieses, einfach fürsorgliche, das ist, äh, Gold wert, und es ist auch Gold wert für die Psyche, einfach, weil es auch eine Form von Liebe und Zuneigung ist, und Wertschätzung. Genau, dann kommen wir doch mal zu Serotonin. Ähm, ja, man sagt ja bei Depressiven, dass sie so eine Stoffwechselstörung im Gehirn haben, und die Antidepressiver dafür sorgen, dass das dann wieder ausgeglichen wird. Jetzt mal so pauschal gesagt, mir ist klar, dass man das jetzt nicht einfach so runterbrechen kann, auf jeden Menschen, der eine depressive Stimmung oder gar eine depressive Erkrankung hat, aber Serotonin ist so im Allgemeinen so ein, ja, Mood Stabilizer, ähm, ähm, Stabilizer, so rum, dass man eben, also so eine Grundstimmung, eine positive Grundstimmung hat, dass man, äh, positiv eingestellt ist, das schaffst du, indem du Sport machst, äh, in die Sonne rausgehst, in der Natur, heutzutage nennt man das ja Waldbaden, äh, eigentlich ist es einfach nur, dass du in den Wald spazieren gehst, mach mal dein Handy auf Flugmodus, atme die, die Luft ein, im Wald riecht's ganz anders, ich hab mal gelesen, dass 20 Minuten im Wald irgendwie das Stresslevel erheblich senken können, einfach nur, weil du da diese Ruhe hast und dich auch so ein bisschen, diese Verbundenheit mit der Natur, so sind auch viele in der Pandemie raus in die Natur geflüchtet, erstens, weil sie da manchmal auch heimlich so ihre Leute treffen konnten, aber auch einfach, weil die Natur beruhigt, die Natur urteilt nicht über dich, sondern du läufst da einfach rum und fühlst, oh, ich bin ein Teil von was Großem, ich gehöre ja auch dazu und, ja, Natur macht einfach glücklich, also, sei es der Wald, sei es Wiesen, Wälder, Berge, am Meer, Natur ist einfach, also für mich, ich könnte mir kein Leben vorstellen, wo ich nur in der Stadt wäre, äh, ich lebe jetzt auch nicht in der City oder so, schön abseits, ich brauche Grün, ich brauche Natur, ich brauche Wald, ich bin gern am Meer, ähm, das macht mich glücklich, die saubere Luft, äh, auch, dass da nicht so viele Menschenmassen, sind, außer eben in der Pandemie, da waren irgendwie alle im Wald, hab ich das Gefühl gehabt, ja, aber solche Sachen, ne, schwimmen, äh, Fahrrad fahren, einfach so eine positive Grundstimmung schaffen, auch Meditation, einfach, dass du deine, äh, Stimmung so auf einem gewissen Level hast und die dann da auch bleibt. Und dann, was haben wir? Endorphin, äh, klassisch eben, man sagt immer so die Glücksgefühle, ist so ein Painkiller, also, wenn du Endorphine hast, dann, wenn Endorphine ausgeschüttet werden, dann kannst du Schmerzen besser aushalten, weil du die gar nicht mehr so spürst, oder du bist auch stressresistenter, also, wenn dich was begeistert, dann, ähm, dann, man sagt ja auch immer so, Burnout ist eigentlich, wenn du eine Arbeit, äh, in dich in der Arbeit stresst, die dir nichts bedeutet, das kann jemandem, der seine Arbeit liebt, weniger passieren, weil, klar kennt er diese Erschöpfungszustände, aber, der freut sich eben auf seine Arbeit und natürlich muss der auch Pausen machen, aber der fühlt sich nicht, ähm, äh, zumindest in einem gewissen Rahmen nicht aufgefressen von der Arbeit, weil der wirklich die über alles liebt und, ähm, ja, der einfach mit vollem Herz dabei ist und deswegen auch mal Schmerzen in Kauf nimmt, sag ich mal, oder was Mütter alles für ihre Kinder machen, äh, also ganz ehrlich, von der Logik her müssten eigentlich alle Mütter mal mit Burnout in der Klinik sein, sind sie aber nicht, warum? Weil die unglaublich stressresistent sind, was ihre Kinder, ihr Nachwuchs angeht, für ihre Kinder tun Mütter alles und da nehmen die wirklich alles in Kauf, Schlafmangel, äh, Nervenmangel, Hunger, Durst, alles, weil die Kinder an erste Stelle kommen, also Mütter sind für mich eh die Helden, äh, ein jeder Gesellschaft, weil die so viel leisten und dafür auch kein Geld oder so, keine, teilweise auch keine Anerkennung bekommen, weil das so als selbstverständlich angesehen wird, ja, die Mutter muss ja die Kinder großziehen, aber was die dann teilweise machen, wenn sie parallel eben noch arbeiten, also riesen Respekt, ähm, ja, und ohne Endorphine könnten die das gar nicht, weil die würden dann auch sagen, ey, oh, ich hab jetzt irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr geschlafen, äh, das Kind kommt jetzt ins Heim oder so, ja, aber dadurch, dass die eben Oxytocin haben, Endorphin, also diese ganzen Hormone, deswegen können die da auch dranbleiben und natürlich einfach, weil die Mütter sind, also das ist ihre Identität und, ähm, ja, also eine liebende Mutter tut alles für ihre Kinder, selbst wenn sie völlig am Ende ist und das ist sehr bewundernswert und auch eben möglich aufgrund diverser Hormone. Ja, dann, was gibt's noch? äh, Lauder Exercise hatte ich mir aufgeschrieben, nicht wundern, ich schreibe manchmal einfach auf Englisch so, weil ich auch viel englischen Content mir reinziehe und irgendwie bleibe ich dann so ein bisschen hängen und, ja, da muss ich kurz überlegen, was es auf Deutsch ist, also, ähm, du kannst dir irgendwelche Comedy-Sachen anschauen, von mir aus, guck dir was Lustiges auf TikTok an, irgendwas, was dich zum Lachen bringt, irgendwelche Memes, irgendwas Witziges, ähm, dann eben auch Ernährung, also, Essential Oils, ähm, hau dir was Gescheites in den Körper, bitte kein Mist, kein Zucker, nicht zu viel Salz, nicht zu viel Fleisch, ähm, ja, achte drauf, welche Öle du dir eben rein, rein kippst, sag ich schon, äh, Fettsäuren, ja, es gibt so viel, worauf man da achten kann und was eigentlich wirklich auch leicht rauszufinden ist, dazu braucht man nicht mal jetzt unbedingt gleich einen Ernährungscoach, sondern einfach so die Basics, die kannst du ganz leicht, ähm, googeln oder in Büchern lesen, ähm, einfach auf eine gesunde Ernährung achten, was du dir da reinziehst, ja, nicht zu viel Alkohol, diese klassischen Sachen auch, äh, am besten natürlich nicht rauchen und am besten keine Drogen nehmen, ja, einfach eine gesunde Ernährung, sorgt auch dafür, dass Endorphine ausgeschüttet werden, ähm, dunkle Schokolade ist gut, äh, Sport gibt auch Glücksgefühle, kennt bestimmt jeder Jogger des Runners High, dass du einfach so rennst und denkst, oh, geil, also irgendwie kann ich die ganze Welt erobern, so bam, 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 du hast voll viel Energie, was kein Mensch versteht, der nicht Sport macht, weil der denkt, hör, nach dem Sport bin ich doch müde, da habe ich doch nicht mehr Energie, aber Sport gibt dir tatsächlich mehr Energie und auch da werden Endorphine ausgeschüttet, ähm, genau, ja, und wenn du das einfach alles so ein bisschen, äh, einbaust in deinen Alltag, dass du dir zum Beispiel sagst, jetzt auch aufgrund mangelnder Zeit vielleicht, aber dass du dir sagst, einmal in der Woche gehe ich eine halbe Stunde durch den Wald oder ich achte darauf, dass ich, ähm, ja, körperliche Bedürfnisse auch erfülle, ähm, dass ich jetzt nicht nur alles über Zoom und, ähm, ja, digital halte, sondern auch weiterhin soziale Kontakte im echten Leben pflege, wo man sich auch mal auf die Schulter klopft, wo ich jemanden umarme, nimmst dir Zeit für deinen Partner, ähm, ja, solche Geschichten einfach, wo man sich vom Kopf her denkt, naja, ist ja alles selbstverständlich, aber glaub mir, das geht immer recht schnell verloren, vor allem, wenn man gestresst ist. Und man denkt sich immer, ja, ja, später, später, aber, ähm, wenn du das zu lange auf später verschiebst, dann kannst du eben in so ein Loch fallen emotional und, ja, deswegen als Mindset-Coach mein Tipp, sag ich dir, pass auf und, äh, baue das wirklich aktiv ein, mach dir wirklich wie so eine Art Stundenplan, wo du sagst, so, jetzt ist dafür Zeit, jetzt nehm ich mir dafür Zeit, jetzt gönne ich mir mal was Gutes, jetzt esse ich was Leckeres und nicht so dem Zufall überlassen, so, ja, ich esse dann später schon irgendwas und dann so gehetzt, sondern wirklich so dieses, wenn ich, es hat doch Jesus schon gesagt, so, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich stehe, stehe ich, so diese Dinge, ähm, mir ist klar, in der heutigen Welt muss man multitaskingfähig sein, aber manchmal muss man auch einfach wieder ein bisschen da diese Hektik rausnehmen und sagen, so, jetzt einfach mal 15 Minuten Piano und Active Selfcare und, ja, einfach sich was Gutes tun, aktiv diese Hormone, Hormonausschüttungen, ähm, triggern, also auslösen, indem man Dinge tut, von denen man weiß, dass das Endergebnis das dann erzeugt, also, auch da wieder das Mindset aus dem Ende herausdenken, weil du hockst vielleicht daheim, denkst dir, boah, ich hab jetzt gar keinen Bock noch in den Wald zu gehen, ja, vielleicht wohnst du auch wo, wo du da erstmal hinfahren musst, denkst du so, nee, es ist mir zu anstrengend, aber, ähm, danach geht's dir halt trotzdem besser, ja, oder auch Leute, wenn die sagen, boah, nee, gar keinen Bock auf Sport, aber die wissen genau, nach dem Sport geht's ihnen besser, sofern sie schon mal die Erfahrung gemacht haben, wenn nicht, dann sag ich dir, vertrau mir, es ist so, ja, du musst ja nicht gleich für eine Stunde joggen, äh, dann geh von mir aus nur mal um den Blockrennen, klar, wirst du am Anfang auch so ein Puste sein und denkst dir, was soll der Scheiß, aber glaub mir, ähm, der Körper braucht es, also, wir leben in so einer verkopften Welt, alles ist nur noch so denken, 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 hab mal gelesen, dass Zoom auch irgendwie so Kaffeegeruch imitieren möchte, dass man mehr das Feeling hat, bei einem echten, äh, Meeting zu sein, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber, ja, kann's mir dann irgendwie doch vorstellen, weil heutzutage ist ja wirklich alles möglich, ja, äh, Stichwort 3D-Drucker und Co., Blockchains, dies, das, alles ist halt so digital, wir müssen aber aufpassen, weil wir halt immer noch, unser Bewusstsein lädt eben immer noch, in einem Körper, der körperliche, der sensorische Erfahrungen braucht, und wenn wir die eben weglassen, dann wirkt sich das auch sehr negativ auf unsere Stimmung aus, also, wir brauchen menschliche Erfahrungen, auch wenn dann das ganze Metaverse kommt, wir brauchen immer noch diese Realität, wo unsere Körper sich begegnen, wo wir menschliche Nähe zulassen, wo wir uns in die Augen gucken können, und zwar nicht nur über den Bildschirm, und versteht mich nicht falsch, ich liebe, äh, Digitalisierung, ich liebe alles mit Internet, Online-Sein, wie viel, wie schnell man das erledigen kann, wie viel Zeit man sich ersparen kann, ich finde eben, wie gesagt, auch bezogen auf die Schule, aufs Studium, dass da oft körperliche Präsenz, absolute Zeitverschwendung war, weil man es einfach daheim schneller lernen kann, also wie gesagt, da bin ich voll dabei, aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass wir eben Menschen sind, und Menschen brauchen menschliche Erfahrungen, und die haben erstmal nichts mit Online-Sein zu tun, also, da kannst du dann auch nichts dir von kaufen, von deinen Herz-Emojis, die dir jemand in WhatsApp schickt, wenn dich niemand umarmt, monatelang, oder du einfach niemanden hast, mit dem du irgendwie, ja, so eine Verbindung hast, die jetzt eben nicht nur digital stattfindet, dann kannst du sehr schnell depressiv werden, oder eben in so ein Loch fallen drum, achte da bitte darauf, was auch immer du arbeitest, oder studierst, oder lernst, oder wie auch immer, wo du gerade im Leben stehst, achte da drauf, aktiv auf Dopamin, Oxytocin, Serotonin, Serotonin, und Endorphin, dass du das wirklich so in dein Leben, aktiv einbaust, wirklich wie so eine Art Stundenplan, kurz runtergebrochen, mach Sport, lach viel, iss was Gutes, gönn dir was Gutes, belohn dich immer wieder selbst, hab Spaß im Leben, und, ja, Liebe, so viel du nur kannst, also Liebe braucht sich nie auf, ja, das ist so mein, mein Credo, ja, es ist jetzt einfach wirklich so, ich habe eine halbe Stunde, über Deutschland und Schulen und so gesprochen, und jetzt noch so 10, 15 Minuten über die Hormone, ist auch geil, aber, ja, es hängt ja alles miteinander zusammen, und ihr hört mir doch auch gerne zu, gebt zu, und, ja, ich denke, ich beende diese Folge an dieser Stelle, ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen, und, bitte passt auf euch auf, bleibt psychisch gesund, bleibt körperlich gesund, und, wenn es mal nicht geht, gönnt euch eine Auszeit, dann meldet ihr euch krank bei der Arbeit, sagt, es geht nicht, ich bin krank, ich brauche Pause, ich brauche Ruhe, ähm, immer besser, als wenn ihr, weiter macht, weiter macht, euch mit Medikamenten vollpumpt, und dann später in eine Reha-Klinik müsst, glaubt mir, das ist nicht cool, ja, wobei Reha-Klinik immer noch cooler ist, als wenn man irgendwie in eine andere Klinik muss, wo man dann umgeben ist von anderen Menschen, die auch alle irgendwie am Ende sind, und das ist halt dann auch nicht so der gute Vibe, drum bitte passt auf euch auf, und, ja, ich kann mich echt nur wiederholen, gut essen, gut trinken, viel Wasser, bitte viel Wasser, 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 kein Zucker, viel Tee, äh, gut schlafen, äh, lachen, lieben, kuscheln, Sport, das ist eigentlich ein glückliches Leben, und, ja, in diesem Sinne, keep it in the Villa aus Nürnberg, bleibt gesund, passt auf euch auf, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, äh, peace out, bis zur nächsten Folge, ciao. Musik